Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Baldur's Gate 3 mit Opa Mario, dem alten Sack. Ah, ist das schön. Mal gucken, ob wir von hier schnell reisen können. Das ist ein stückes Dorf. Wo sind denn die? Da, bis mal eben. Da! Ich komme erst mal da hin. So, jetzt zum... Alles zum Drüdenhain. So, jetzt zum Drüdenhain. So, jetzt zum Drüdenhain. Und... Und... Jetzt, nachdem wir den Drüden gefunden haben, werden sie uns wohl reinlassen, oder? Eppe! Oop! Okay. Ich bin fast, wäre ich fast dran vorbeigelaufen, ne? Kommt's auf? Ja. Kommt's auf. Das müssen wir machen und dann erholen. Nichts tauschen. 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 Doch ausgerüstet. Lichttasse. Lichttasse. Das vermute ich mal, das werden hier Sachen sein, diese ... Ja, mach doch die Stiefel. Ja, weiter. Sylvanus, ich bin mit dir. Hey! Hey, Emmental. Lass mir mal, was noch von Michael Watt geblieben sind. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich hässlich bin, aber meine schönen Stiefel und so. Wo ist denn meine Blitzstiefel? So, schöne Schuhe haben wir schon mal dran. Helm. Wettungslufe. Wettungslufe. So. Aber ... Mit den normalen Sachen. Und immer noch 1,60 Gewicht. Großschwer. Wieso sind die Sachen denn jetzt weg? Ja, ich brauche meine Waren wieder. Öh, Knackarsch. Für meine ... Aber bitte, erinnern. Du bist nicht der einzige, der in Need. Nicht nur überbraucht was. Du hast ja schon genug gekriegt. Lieber alles wieder. So. Ich lass mich gucken hier, bevor ich ... Öh. Ja. Ich freue mich, dass wir Geld haben. Weißt du, dass wir Geld verdienen. Mittelerrüstung kann ich nicht, oder? Oh, 260. Verrüstung. Wir brauchen bloß leichte, oder? Leichte reicht doch. Geschossfang. Und was habe ich hier für welche? Eine schöne Nacht. Ja. Ah, okay. Was ist das? Ja, ja. So, wo hast du denn mal schöne Hosen, oder sowas? Rüstung des Heckenbambors. Ich meine, wenn wir sowieso schon mal hier sind? Schwere Rüstung. Nee, hast du ja eine leichte Rüstung? Mittlere. Leichte. Stufe 3 sind wir. Hier. Ja, noch nicht. Hallo. Wir haben noch nicht so eine Verbotten gehabt. Wo ist denn das Zeug geblieben? Au. Mein Rücken. Wo sind das Zeug geblieben? Na dann, wenn etwas wie immer. Du kommst jetzt? Er hat ein Hemd. So oft kann ich bestimmt nicht. Stich zur Höhe. Tja, ohne. So. Gott sei Dank. Gott sei Dank geht noch. So, was ist denn das hier? Als... Ah.